Hallo, in diesem Unboxing Video zeige ich euch von Giant das XTC Mountainbike. Es ist ein kleines 20 Zoll Mountainbike mit 7 Gängen für Kinder so ab 5 bis 6 Jahren mit 1,20 m Größe. Jetzt packen wir es mal aus und schauen uns das an. Soll das in die nhinhe und die beiden auch. Wenn wir mit den Kasten herum suchen, wir müssen damit weiter. Wenn wir die Kasten mit dem Kasten setzen, dann holend gern mit den Turut um die Küchen. Soll das an. Soll das in die Küchen Stücke und die Küchen, mit dem Kasten, So, in der Box ist es auch noch ein bisschen zugehört. Was man bis jetzt sieht, sieht schon mal dasselbe aus. In der Box ist nochmal ein Heft, eine Montageanleitung, ein Gabelschlüssel für die Montage der Pedale, die Pedale, ein paar Imbusschlüssel zum Lenkergrad machen, etc. Nochmal ein Fahrradhandbuch und erlebe ich das Notfall nochmal im Brief, Fahrrad XXL. Was wir jetzt brauchen, haben wir hier schon ein linkes Pedal, auf der linken Seite hat man ein Linksgewinde, auf der rechten Seite hat man ein Rechtsgewinde, das heißt wir drehen entgegen des Uhrzeigersins hier. Oh, das war natürlich falsch rum. So, meine Seite ist fest. Hier steht rechtes Pedal, rechtes Pedal rechtsgewinde, das heißt ganz normal wie immer. So, das ist auch fest. Jetzt haben wir die Länge gerade. Nehmen wir einen passenden Umbuchschlüssel. Festziehen. Dann kann man wieder reindrücken. Das Sattel noch einschalten auf die Größe des Kindes und dann kann es losgehen. Das Mountainbike hat sieben Gänge mit einer Grippsche, zwei Handbremsen und was ich bis jetzt sehen kann, sieht super aus. Es ist schon ordentlich Luft auf den Reifen, macht alles eine super Optik. Die Schweißnähte sehen toll aus, ist perfekt. Mein Sohn kann vom Kindergarten heimkommen und wird sich sicher freuen heute. Das war es auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.